Bist du etwas besonderes? Denn das hier sind die seltensten Körpermerkmale, die ein Mensch besitzen kann. 83% der Menschen können ihre Zunge rollen. 43% der Menschen können mehr als eine Sprache fließend sprechen. Schreibt's gerne mal in die Kommentare, könnt ihr noch eine weitere Sprache sprechen, außer Deutsch? 35% der Menschen haben keine Weisheitszähne. Ich hatte leider alle vier. Nur 25% der Menschen haben tatsächlich Grübchen. Nur 10% der Menschen können mit ihrer Zunge die Nase berühren. Nur 4% der Menschen haben einen nach außen getretenen Bauchnabel. Das fand ich krass. Nur 2% der Menschen haben rote Haare. Von welcher Seite merkt man das, was kein Mensch besitzt. Unter 1% aller Menschen können mit ihrem Ellbogen die Zunge berühren.